hallo und schönen guten tag ich darf euch heute mal wieder ein victorinox in die kamera halten ich habe das auf dem amerikanischen markt gekauft und zwar ist das ein victorinox swiss army knife collectors society jahrgang 2012 das wurde auf dem amerikanischen markt angeboten und da habe ich gleich zugeschlagen das ist diese woche gekommen dabei war auch ein zertifikat von dieser sammlungsvereinigung eine limited edition und es ist limitiert auf 120 exemplare das darf ich jetzt mal rausnehmen und da ist das gute stück es ist ein doctors knife und da zeige ich euch jetzt mal die werkzeuge das kommt in dieser schönen plastik verpackung in form des schweizer wappens dabei ist natürlich auch hier diese paper things kirchens und das ist nun das messer dieses messer gibt es im auf dem europäischen markt so nicht zu kaufen da hat sich mal wieder das licht verändert es ist mit weißen griffschalen und auf der seite mit dem schweizer kreuz ist da noch dieses metall plättchen eingelassen und da steht drauf victorinox swiss army knife collector society und nun mal zu den werkzeugen es hat eine große klinge da steht das jahr drauf 2012 es hat eine kleine klinge und es hat hinten auf dem rücken den kreuz schraubendreher des weiteren besitzt das messer im vorderen bereich also auf der klingenseite einen kleinen spatel und die säge wie ich meine ein sehr schönes und seltenes messer und ich bin froh dass ich das in dieser art zu bekommen habe des weiteren hat es auch hier hat die den zahnstocher und auf der seite mit dem schweizer kreuz die pinzette jo leute das will ich euch heute mal in die kamera halten dieses schöne stück absoluter rarität wunderschönes schweizer messer dass es so in deutschland nicht zu kaufen geben wird jo das wäre es eigentlich schon gewesen mein neues victorinox vom amerikanischen markt ein sammlermesser der collector society von 2012 usa das ist das gute stück wunderschönes messer das wäre es eigentlich schon wieder eine kleine vorstellung von einem wunderschönen messerchen bis zum nächsten mal dennne tschüss bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020